Freunde, ich habe gesündigt. Herzlich willkommen zu einem weiteren wunderbaren Unboxing-Video mit einer herrlichen Lootbox. Checkt gern mal den Link in der Videobeschreibung aus. Und gesündigt habe ich, weil ich habe dieses Item in der letzten Box vergessen. Damit mir das nicht nochmal passiert, habe ich heute meine Freundin eingeladen. Hallöchen. Hallo. Weil vier Augen sehen mehr als zwei. So. Das soweit der Plan. Du hast auch schon das letzte Gadget getestet für den Bildschirm. Das stimmt, das hat super funktioniert. Und das war auch so idiotensicher, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, der Schleim bestimmt auch. Der Schleim bestimmt auch, der macht dir gerade ein bisschen Sorgen. Ich muss ihn erstmal rausbekommen aus der Packung. Ich habe ganz böse Flashbacks an diese Slimes von früher. Er wird immer länger, Leute. Es ist wie wenn so ein Clown so Taschentücher aus dem Ärmel zieht. Aber er fühlt sich auch herrlich an und er riecht ganz frisch. Riechst du das? Deine Nase ist ja immer zu. Wir haben beide Pollenallergie, Leute. Das könnte jetzt stinken wie sonst was. Ich weiß nicht, gibt es eine bessere Möglichkeit Schleim auszupacken? Ich bin da wirklich überfragt, Leute. Aber ich habe es geschafft. Und es fühlt sich genauso an, wie es aussieht. Aber dieser Schleim ist wirklich so gedacht, dass ihr den nicht hier als Anti-Stressball benutzt, sondern der ist auch antibakteriell und so weiter. Und den zieht ihr über eure Tastatur, übers Handy, wie auch immer. Und dann, ja, wir haben einen Controller hier. Genau, während der Rest vom Schreibtisch einfach runterfliegt. Aber da könnte man jetzt sagen, hier, den habe ich schön vollgekrümelt. Dann habt ihr gleich so ein bisschen Desinfektion dabei. Und dann, Splotch, zieht ihr es einfach ab. Und es klebt auch in dem Sinne wirklich gar nicht. Also ihr müsst es festdrücken, dann setzt sich ein Haufen Kleinscheiß fest und wupp. Also das ist auch ziemlich faul in der Hinsicht. Dass du das einfach, bam, auf die Tastatur schmeißt, draufgehauen, ein bisschen einwirken lassen, fertig. Das ist für mich als faulen Hund auf jeden Fall auch optimal. Darum, ja, gerade im Pack, letztes Mal hatten wir ja den Teil für den Bildschirm. Jetzt haben wir den Teil für die Tastatur. Und das in Kombination ist einfach ein schönes Set. Also kann man sich gönnen. Nur bitte nicht essen. So, Freunde, jetzt nochmal der Live-Check hier auf der Tastatur mit dem Schleim. Der riecht so frisch, als hätte man irgendwie mit Febrés gesprüht oder so. Da komme ich noch nicht drauf klar. Lecker Schleimi. Schön festgedrückt. Und wir sehen schon bei leichtem Drücken, schön die Tasten erfasst. Und die sind jetzt wie neu. Naja, fast. Drück mal da noch rein. Okay. Mal sehen, ob der richtig klebt. Nice. Alter, es ist wirklich weg. Also in großen Teilen. Das sind halt Kaffeehaare, die sind immer da. Egal, was man tut. Nice. Nebenbei wurden drei Urlaube gebucht, weil die Tastatur nicht ausgesteckt war. Aber wir sehen, das, was jetzt so schnell an Krümeln rumlag, das geht auf jeden Fall gut weg. Ein weiteres Item, Freunde, ist wieder so groß, dass es gar nicht ins Bild passt. Was schätzt du könnte es sein? Ein Schild. Ein Schild. Damn. Von Captain America. Es scheint wirklich nur das Schild zu sein, oder? Es ist so eine Miniaturfigur, die sich dahinter verbirgt. Ich würde sagen, wir packen es mal aus. Aber Marvel Studios? Das ist immer erst mal ein gutes Zeichen. Jo, Leute, das ist gar kein Marvel-Item. Das ist einfach so ein Gadget. Wenn sich jemand sehr aufregt, könnt ihr ihm das geben und sagen, Schild mal. Das ist in der Hinsicht schon mal ganz gut. Und wir haben sogar einen Sockel mitbekommen. Richtig schön hier ausgezeichnet. Ist auch echt massiv, ne? Liegt in der Hand. Jo. Also da können wir dann quasi sagen, hier mit diesem Stick. Den führen wir hier so ein. Und dann können wir das Schild da so quasi ranlehnen. Ich glaube, so funktioniert das nicht, wie ich das gerade gebastelt habe. Darum gucken wir uns. Du kannst das basteln. Ja, wir sind heute hier mit Teamwork. Du bist der Bastel-Experte. Wieso, mein Schild? Das wollte ich doch aber zeigen jetzt. Boom. Also wir sehen, das Schild relativ easy hingestellt hier. Und das ohne, dass alles direkt auseinanderfliegt. Nur, wenn das Schild nicht dranhängt, dann macht der Pippus hier einen Abgang. Und so kann man dann ein Stück weit die Höhe justieren. Hier vorne rastet es dann ein. Wir sehen diese kleine Kante. Und dann kann man natürlich schön im Regal hier direkt die Inschrift sehen. Und dann natürlich den vollen Blick auf das Schild genießen. Ja, ich habe definitiv nicht versucht, das da gerade rein zu friemeln. An sich wirkt das auch erstmal richtig schick verarbeitet. Wir sehen jetzt keine irgendwie Übermaler oder irgendeinen Ring, der größer ist, als er eigentlich sein sollte. Und auch die Rückseite hat hier sogar so ein paar, wie nennt man es, so ein paar Griffe, dass man das quasi richtig halten könnte. Es ist jetzt nicht so, dass man die 3D-mäßig irgendwie ausklappen kann. Aber auch von hinten ist es jetzt nicht so, dass sie da einfach komplett drauf geschissen hätten beim Design. Auch da wurde sich schön Mühe gegeben. Man sieht auch hier direkt alle Fingerabdrücke. Jawohl. Das ist ein Material, das reagiert noch auf den Menschen. Fantastisch. Ja, und ist natürlich so ikonisch. Also da braucht man jetzt nicht irgendwie noch den Käpt'n dazu. Macht bestimmt auch einen coolen, wenn man Mjölnje und so andere Waffen noch hat, die eben dazustellt. Kann, glaube ich, in der Sammlung echt ein Hingucker sein. Nice. Und, was ich immer richtig cool finde, war unten im Karton dabei, gerade wenn man solche Sachen verschenkt, ist ja noch ein schicker nerdiger Zusatz, so ein zertifiziertes Stückchen Papier. Ein sogenanntes Zertifikat. Wahnsinn. Und das wurde hier ausgestellt für diesen Schild und regelt quasi die Echtheit. Schön hier mit so einem Museumssticker noch dabei. Cool. Gibt dem Ganzen noch einen schicken Schliff. Der Krieg der Sterne, liebe Leute. Es ist ein Pin von diesen Popfiguren dort oben. Die machen auch wirklich alles, oder? Wie viele verschiedene Versionen von Figuren ich auch schon in verschiedensten Figuren in Händen gehalten habe. Großartig. Aber er sieht ein bisschen mitgenommen aus, oder? Es ist das ein Oberlippenbart. Ja, irgendwie schon. Wie hieß der schreiende Radio-Dude hier von Spider-Man? Jameson. 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 Irgendwie ist es die Yoda-Version von Jameson. Ich glaube, er schreit gleich Spider-Man. Ja, diese wahnsinnigen in Kostümen der Nachbarschaft. Irgendwie erinnert er mich da dran. Aber an sich natürlich auch super sweet. Man erkennt unseren Yoda. Den müssen wir auch noch auspacken. Und so erblickt ein neues Lebewesen das Licht der Welt vorne. Das ist genau das Wunder der Geburt, auf das ich Bock habe. Aber ich habe gedacht, er sitzt nicht ganz so fest. Verdammt. Ich weiß schon, warum ich euch immer das ausgepackte Produkt direkt zeige. Aber er war gnädig. Oh. Ist schon süß. Aber ich kann ihn jetzt nicht mehr nicht in dieser Jameson-Variante sehen. Das stört mich ein bisschen. Davon ab sind mir Männer in Bademänteln aber durchaus sympathisch, muss ich sagen. Auch hinten. Wow. Oh. Das ist ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Was ist das denn hier? Ist das so eine Art Ständer? Oder werde ich mir jetzt die Hand aufschlitzen, wenn ich hier dran bin? Ich habe ein bisschen Angst, dass das Ding rausschnappt wie so eine Mausefalle. Ah nein, das kann man so klicken. Oh. Das ist komplizierter, als ich erwartet habe. Erklär mir das bitte. Ich kenne auch nur diese Pins, aber was ist das hier? Ach so, für Krawatten vielleicht oder so? Nein. Imagine, du kommst zur Hochzeit und trägst den an deiner Krawatte. Ich möchte, dass es so ist. Ich auch. Also man kann es sicherlich irgendwo ranklippen und dann fixieren über das Drehen. Du kannst es aber auch wirklich einfach hinstellen. So, da ist meine Kameraperspektive heute nicht so das Beste für die hingestellten Elemente. Aber ich glaube, das Prinzip des Hinstellens ist jedem soweit bekannt. Und insofern könnte man auch den jetzt schön ins Regal neben das Schild stellen, ne? Und dann schreit er nachts. Bringt mir Spider-Man raus aus dem Krieg der Sterne und rein in die seltsamen Dinge. Yo, Stranger Things, das große Quiz. Kannst du schnell alle Charaktere benennen? Ich glaube, einer davon heißt Quinn oder so. So ein Stacy Wake Up? Nee, Wake Up, irgendwer. Stacy Wake Up, Wake Up heißt einer. Nein. Zehn Punkte. Also wir scheinen heute nicht die größten Stranger Things zu repräsentieren, obwohl ich mit der Serie echt eine gute Zeit hatte. Ich war jetzt nicht der Überfan, aber war auf jeden Fall nice. Ich finde die Verpackung aber auch super. Hat auch was von so einem alten Spielautomaten, würde ich sagen, ne? Ja. Kannst du so hinstellen. Wir wissen aber, heute mit hinstellen läuft nicht so gut. Darum müssen wir uns das jetzt einfach vorstellen. Das ist so ähnlich. Ich habe tolle Angst, diese schöne Verpackung zu beschädigen. Ich hoffe, ja. Ich kann es so ein bisschen rausklopfen hier. Als wären wir da Klopfer in einem Bambi-Film. Und dann, aha, haben wir hier diese Quizkarten. Toll. Ich liebe nerdige Quizzes, muss ich sagen. Ich finde das toll. Machen wir auch im Stream ab und zu mal. Und haben hier in Form von so Untersetzern. Ja, kannst du schön Bierchen nebenbei trinken. Das finde ich toll. Und auch nicht zu viel Verpackung. Einfach jetzt zum Rausnehmen. Zack. Und läuft. Und das ist es im Grunde auch schon. Bin mir nicht sicher, ob es noch extra Zusatzregeln gibt. Aber ich glaube, bei einem Quiz kannst du es ja im Zweifel zur Hand haben, wie du willst. Ich mache meine eigenen Regeln. So, da hören wir es auch schon. Jo, also wir haben hier wirklich ein bisschen System drin. Es gibt so Aktionskarten. Das scheinen die roten zu sein. Sehr interessant. Dann haben wir hier so ein paar blaue. Zum Beispiel mit Charakteren. Wie heißt Lukas kleine Schwester? Und dann hast du, wupp, wenn du es so rumdrehst, gleich die Antwort natürlich mit dabei. Also auch ganz normale Fragenkarten. So ein bisschen katalogisiert hier auch nach Kategorien. Sehr, sehr cool. Da weißt du dann auch nach einer Weile farblich schon mal genau, was auf dich zukommt. Und das hier sind Zitate, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, dass du quasi, huh, oh nein, schlüpfrige Zitate, dass du wissen musst, wer das gesagt hat. Oh Gott, da steht sogar Staffel und Folge. Boah, das ist cool. Also das ist Hardcore-Shit. Solange ich hier bin, wird nicht gerammt. Noch einmal und du kriegst lebenslang Badeverbot. Ja, das war deine Mutter in Staffel 1. Cool. Aber also, dass es so deep geht. Zitate-Quiz mit Staffel und so. Das ist schon insane. Ja, und hier auch klassische Fragen. Die Vornamen der Brüder. Jawohl. Die Spitznamen. Sogar hier so ein bisschen Multiple-Choice dabei. Damit auch wir Anfänger eine Chance haben, wenn es hier in die Zitate schlacht dann geht. Also finde ich cool. Sehr schön durchdesignt. Sehr schön differenziert. Und auch so ein bisschen diesen Vibe doch eingefangen von der Serie. Stark. So geht Serien-Quiz. Es geht wieder in den Kosmos, Freunde. Ja, so weit in die Sterne. Das hat Schwarz ein bisschen krisselt hier im Bild. Und wir springen heute ganz schön thematisch hin und her. Finde ich stark. Es ist wirklich immer eine bunte Mischung in diesen Boxen. Und wir haben, bin noch nicht sicher, ob ich alle Zusammenhänge verstehe. Unten diese Telefonzellen-Zeitmaschine hier von Doctor Who sicherlich. Ja. Und die bringt uns in so eine Zeitspirale und in die verschiedensten Sci-Fi-Sektionen mit dem entsprechenden Jahr, in dem sie spielen. Ist es das? So verstehe ich es auch. Boah, ich könnte aber nicht datieren, wann irgendwie Stargate ist oder Star Trek. Das habe ich mir nie gemerkt. Aber schon spannend, wie viele alte Autoren auch in ihrer Zeit Science-Fiction-Romane geschrieben haben über das Jahr 2001 oder so. Wo dann alle mit ihren Jetpacks einkaufen fliegen. Das ist schon funny. Aber das hätte ich nicht auf dem Schirm. Ich finde es aber super cool in dieser Darstellung. Welche Raumschiffe erkennst du so? Ich erkenne die Enterprise. Der Falke. Der Falke, den hätte ich auch gesehen noch, ja. Ein Auto. Ein Auto, crazy. Keine Ahnung, woher das Auto ist. GTA-Autos fliegen schieten, not bad. Ist es hier die Zeitmaschine von Zurück in die Zukunft? Das war doch ein Auto. Die habe ich nie gesehen. Ja, oha, das haben wir nicht gehört an der Stelle. Ja, die Enterprise sehe ich oben noch. Die ist ja relativ unique. Ich habe gehofft, irgendwas von Mass Effect zu sehen, aber irgendwie nicht. Aber ich wüsste es auch nicht. Vielleicht haben wir jemanden in den Kommentaren. Wo sind die Sci-Fi-Nerds? Dem sollte eigentlich, glaube ich, auch aus Star Wars sein. Die alle erkennen so der Reihenfolge nach, wenn wir die Spirale nehmen. Oh, mehrere Star Wars könnten natürlich sein. Aber sonst. Boah, aber was wäre das Pendant jetzt für Mitte, Alter. So Schwerter. Hast du so Schwerter von Aragorn? Da würde ich aber auch nicht durchblicken, du. Das sind heute ganz neue Nerd-Level, Leute. Aber ich lieb's damit auf so eine Space Convention. Und jeder hält dich an und will das T-Shirt identifizieren, Mann. Da bist du einfach ein Held. Ja, fantastisch. Cool gemacht. Jo, dieses Schiff hier unten hat uns komplett keine Ruhe gelassen. Weil das ist doch die Normen, die von Mass Effect, oder? Wir haben gerade gegoogelt, zeitliche Abstände, Normen, die von oben und so weiter. Und es muss sie eigentlich sein. Aber aus Mass Effect 2. Aus 2? Ja, wegen der Jahresanzahl. Oh, die Jahresanzahl. Das war 2983, Mass Effect 1. Und ich glaube, Mass Effect 2 ist zwei Jahre später. Und dazu auch diese Häkchen da. Das ist echt nerdy. Das sind zu viele Zahlen. Nach Abenteuern im Weltraum geht es jetzt wieder ein bisschen Retro-Zugange. Mit dem Pac-Man. Wir dachten erst, es ist ein Schneidbrettchen. Aber Planer. Ja, ich kenne wenig von Pac-Man, muss ich sagen. Mich auch. Das heißt, in die Pac-Man-Lore können wir nicht so tief reindeifen. Aber ich glaube, einen Planer verstehen wir trotzdem. Und das hier, das sind einfach Sticker. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Uh, die feiere ich aber. So schön pixel-look. Das ist cool. Und dann haben wir hier den Weekly-Planer mit To-Do-Listen und Notes. Wenn wir den aufschlagen. No way. Sind alle Seiten so cool designt. Das ist ja toll. Wirklich die ganze Woche. Nein, ich dachte, das ist nur die Aufmachung. Und dann ist so ein normaler Notizblock. Wandern auch die Tierchen an der Seite. Das wäre ja krass. Okay, die wandern nicht, wie es aussieht. Oder zumindest nicht direkt. Aber wir haben mit jedem Umblätterer hier direkt die volle Palette. Das ist ja sweet. Und das ist genau der Nerd-Stuff, auf den ich Bock habe. Der sieht schick aus. Der erfüllt sogar eine Funktion. Und der frisst auch kein Brot, ne? Geil. Was ist dein favorisiertes Pack-Tier? Ich mag den Mittwoch als WoW-Spieler. Den Mittwoch, ja. Mit dem Blick, ja. Ja, fühle ich. Der ist so ein bisschen am Rüberschielen. Der denkt sich, oh damn, wenn ich nach Donnerstag schaue, werde ich einfach massiv gefressen. Ja, das stimmt. Mann, es gibt kein Entkommen. Oh nein. Freunde, wir haben es so ein bisschen prophezeit. Es ist tatsächlich noch ein Schneidebrettchen drin. Vom Periodensystem. Wahnsinn. Schneidebrettchen kann man auch nie genug haben. Waren unsere Freunde wieder kreativ. Wir sehen es hier oben. Und im Idealfall, bin ja heute mutig, ne? Packe ich es jetzt sogar aus, ohne mein ganzes Setup vom Tisch zu hauen. Wir haben ja heute auch ein paar mehr Hände dabei. Oh, richtig cool mit Holzoptik hier. Wow. Ich glaube nur, das Plastik rauszufriebeln. Ja, das ist der Endgegner. Richtig schön solides Holzbrettchen auch von hinten. Nice one. Und nicht mal ein Splitter in der Hand. So war das, wenn ich früher Holzbrettchen für die Eltern im Werkunterricht gemacht habe, du. Weil war das Frühstücken lebensgefährlich. Aber hier, hier ist noch richtig Qualität. Hör mal, auch die Farben richtig schön satt. Fantastisch. Ich bin aber so eine Chemie-Niete. Man könnte ja alle Elemente durcheinander würfeln. Ich würde es nicht merken. Was ist dein liebstes Element im Periodensystem? Ähm... Ne, ähm, gibt es nicht, glaube ich. A haben wir. Wissen macht A. A, ja. Die Breaking Bad-Symbole. Die stehen nämlich für... Breaking Bad. Richtig. Sehr gut. Ist im Grunde wie studieren, so ein Schneidebrettchen. Stand ja sogar vorn mit drauf auf der Verpackung. Gummibaum geölt, Freunde. Fancy. Jetzt bin ich nicht mehr alleine eingeölt, wenn ich hier aufnehme. Ich freue mich. Und wir haben wieder... Wow. Zum einen ein Artwork, das mich getrickt hat. Weil eigentlich ist das Heftchen so rum. Nice one auch hier wieder. Schön kreativ umgesetzt. Das ist unsere Themenwelten. Dann haben wir keinen kleinen Pin oder ähnliches, sondern wir haben Pappteller. Oh, süße Erinnerungen an Kindergeburtstage. Was durfte bei dir früher nicht fehlen bei Kindergeburtstagen an Essen? Hm... Das... Ich hatte nie Kindergeburtstage. Oh, okay. Also fehlten dir Kindergeburtstage. Ja. Gut, meine Antwort wären die Mini-Winni-Würstchenkette und Windbeute. Aber hey, bisschen Trauma aufarbeiten ist auch in Ordnung beim Unboxing. Das ist vielleicht besser so. Na ja, jetzt haben wir Pappteller, bitteschön. Witzige Idee auch an der Stelle. Für die findet man immer eine Verwendung und sei es für den nächsten Grillabend. Dann haben wir hier nochmal ein wunderbares Artwork, das natürlich Kopf steht, ne? Die Welt steht Kopf. Oh, doch, ich hab was. Ja. Meine Mutti hat immer Fanta-Kuchen gemacht. Oh, Fanta-Kuchen. Den hast du, glaube ich, auch mal gegessen. Den hab ich immer gegessen. Der war sehr lecker. Ja, kannte ich auch nicht. Der war immer da. Der darf ich gerne. Fanta-Kuchen. So, Freunde, seht ihr. Und dann haben wir unser wundervolles Heftchen. Und gucken nochmal rein. Haben oben unser Brettchen. Ja, das kostet auch einen Euro mehr für ein Brettchen. Aber bei so einer schönen Idee und so einer Qualität, da nimmt man das gern in Kauf. Und wir haben hier unten unser Raumschiff-Shirt. Normandy. Die Normandy. Oh Gott, da stehen sie. Das hab ich gerade entdeckt, deswegen musste ich direkt reinhalten. Kampfstern-Galaktika, da sind sie. Ja, krass. Da lese ich jetzt bewusst nicht rein. Ich möchte, dass von einem Sci-Fi-Nerd in den Kommentaren aufbereitet haben. Wir haben unsere Funko-Pops. Jawohl, da gibt's auch wieder eine schöne Auswahl. Wir haben unser Chris von Stranger Things. Ausgezeichnet. Wir sehen aber, sie sind hier wirklich bemüht, auch in den Beschreibungen ja alles nochmal schön idiotensicher zu machen. Müssen sie ja auch. So eine Box geht ja auch an mich regelmäßig raus. Und bisher haben sie das jedes Mal gut hinbekommen. Wir haben das Art Printchen. Wir haben diese witzigen Teller mit einer ganz klaren Ansage. Essen, schlafen, gamen, wiederholen. Da sehe ich mich. Wir haben diesen süßen Planer. So, wir haben das Schild. Schön mit dem Käpt'n. Da haben wir ihn dabei. Ist unser Upgrade. Sehr cool. Wir freuen uns. Und es kommt mir so vor, als hätten wir noch mehr ausgepackt. Aber wir sind tatsächlich am Ende schon angekommen. Es gibt kein Shirt im August. Oh nein. Oh nein. Aber das passiert natürlich. Das kann immer sein. Und diesen August ist es soweit. Es gibt einen mega coolen Bonusartikel, der das Shirt ersetzt. Ja, da bin ich mir sicher. Haben sie was Feines. Und sie haben ja auch so immer einen Haufen Shirts im Shop dabei. Darum schaut unbedingt mal rein. Link in der Beschreibung. Und vielleicht findet ihr auch noch was besonders Nerdiges für euch. Was war dein Lieblings-Item heute? Das Shirt tatsächlich, weil wir es rumgenerdet haben wegen der Normandie. Das stimmt, wir saßen hier und haben noch 10 Minuten gegoogelt und kamen nicht klar auf unser Leben. Das ist schon besonders gewesen. Ich habe mich ein bisschen in das Brettchen verliebt, muss ich sagen. Mal sehen, ob es meine Liebe erwidern wird. Ich bin gespannt. Dankeschön für das wunderbare Unboxing. Liebe Grüße an die Freunde von GetDigital. Dankeschön fürs Mitmachen. Ja, und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut, haut rein und tschau.